Wir haben es bei diesem noch gar nicht mal allzu komplexen System schon gesehen. Wir können OpenSense nicht direkt ansprechen. Wir müssen Port Forwarding machen auf unserer SSH, damit es bei uns angezeigt werden kann. Und ich möchte heute so ein kleines bisschen mit euch die Hintergründe besprechen. Einmal ganz kurz noch, unser Setup sieht aktuell so aus. Wir haben einen ProxMox-Server, der öffentlich erreichbar ist über diese IP hier oben. Und wir haben einen OpenSense-Server, der nicht öffentlich erreichbar ist. Zumindest nicht über IPv4, denn hier zwischendrin gibt es eine private Verbindung. Und OpenSense hat keine öffentliche IPv4-Adresse. Und deswegen müssen wir uns mit SSH natürlich in ProxMox reintunneln. Und von dort wollen wir dann Zugriff auf OpenSense haben. Es ist also so ein bisschen ein, wir tun so als wären wir ProxMox. Und ProxMox erlaubt uns dann auf die OpenSense zuzugreifen. Und genau dazu gibt es eben das SSH-Port Forwarding. Und das möchte ich euch nochmal ganz kurz dediziert in einem Video vorstellen. Dieses Video entsteht in Kooperation mit Hetzner. Auf Hetzner.com könnt ihr euch alles holen, was das Server-Administratorenherz begehrt. Von Webhosting über Storage und Managed Servern bis hin zu dedizierten Servern oder Cloud ist alles dabei. Für diese Tutorials nutzen wir einen dedizierten, sehr leistungsstarken AX41-Server mit 6 Kern und 64 GB RAM. So kann ich euch alle Techniken zeigen, die ich euch zeigen möchte. Für viele Fälle machen aber auch schon kleinere Server durchaus Sinn. Mehr Informationen sowie eine grundlegende Tutorial-Reihe für die ersten wichtigen Schritte auf eurem Server findet ihr, wenn ihr auf den Link in der Beschreibung klickt. Viel Spaß! Um über SSH-Port Forwarding zu machen, müssen wir uns natürlich erstmal bei unserem Server authentifizieren, dass wir auch wirklich überhaupt erstmal über SSH uns einloggen dürfen. Das heißt, die ganz normale Verbindung über SSH, übrigens das funktioniert in jedem System, also Windows, Linux, Mac, absolut kein Problem. Und die ganz normale Verbindung muss so oder so aufgebaut werden. Das heißt, wir sagen hier Root at 65 108 137 179. Das sollte so oder so gegeben sein. Und anschließend wollen wir uns verbinden, aber nicht nur verbinden, sondern auch ein Port Forwarding einrichten. Und hier habe ich jetzt grundsätzlich erstmal zwei Möglichkeiten. Ich kann natürlich sagen, hey, SSH, mach mal bitte hier Port Forwarding, sodass ich auf meinem PC hier über Localhost auf einen Dienst zugreifen kann. Ich kann das aber auch andersrum machen, dass quasi der Server auf einen Dienst von meinem Localhost Zugriff hat. Das geht selbstverständlich auch. Und für diese beiden Dinge gibt es zwei verschiedene Varianten. Nämlich einmal minus L und einmal minus R. Es gibt R und L wegen Remote und Lokal. Das heißt, ihr könnt euch das so merken, minus L macht bei euch auf eurem Localhost, macht es eine Weiterleitung. Also es gibt euch Verfügbarkeit auf eurem Localhost für einen Dienst, der nicht von eurem Localhost ist. In unserem Fall könnte das zum Beispiel sein, wir wollen auf Port 1337 etwas hosten, dass die IP-Adresse 1010101 für unsere OpenSense-Maschine, also die hier hatte die IP-Adresse 1010101 über diese Verbindung, 1010101 von Port 80. Und dann muss ich mich natürlich erstmal einloggen, dass ich da auch wirklich drauf zugreifen darf. Und anschließend bekomme ich hier plötzlich Zugriff auf meine OpenSense, die eigentlich sogar auf einer anderen virtuellen Maschine läuft. Überhaupt auf einer virtuellen Maschine. Das heißt, Proxmox fragt jetzt jedes Mal, wenn wir eine Anfrage machen, also wir sagen hier, hey, gib mir das Login-Fenster, gib mir HTTP-Befehl, mach mal hier. So, und dann sagt Proxmox erstmal, okay, ich leite den Befehl einfach weiter an diese IP-Adresse, die eben angegeben wurde, auf den angegebenen Port. Der angegebene Port hier in unserem Fall ist Port 80, das heißt, das ist da quasi der Zielort. Ort und zurück, ups, ich wollte Paint, zurück kommt dann die Anfrage an Proxmox und Proxmox liefert mir das dann über SSH wieder auf den angegebenen Port, nämlich 1337. Das heißt, so funktioniert das Ganze. Wir geben hier eigentlich bloß eine Weiterleitung an. Das ist nichts wirklich Komplexes, aber es ist sehr, sehr nützlich. Alternativ könnte ich jetzt bei mir lokal etwas hosten und könnte sagen, hey, wie wär's denn, möchtest du vielleicht Zugriff haben, also möchte der Server vielleicht Zugriff haben auf meinen Port 1337 und den weiterleiten auf eben das hier. Das kann man auch machen. Auf meinem lokal host läuft allerdings überhaupt nichts, das heißt, das hat aktuell überhaupt keinen Effekt. So, jetzt kann man das aber natürlich auch mal so zwischendurch brauchen. Und ich mach mal ein Beispiel, wir verbinden uns über SSH mit unserem Server. Das brauchen wir sehr, sehr häufig und wollen hier irgendwelche Dinge tun. Wir wollen hier irgendwas zum Beispiel hosten. Oder vielleicht haben wir gar keinen Einfluss darauf, auf diese SSH-Verbindung, machen die vielleicht von irgendwo anders aus. Die läuft vielleicht automatisch ab. Was wir jetzt brauchen könnten, wäre, wenn wir trotzdem Port Forwarding starten können, obwohl wir schon in einer SSH-Session drin sind, die eigentlich schon läuft. Und das ist ziemlich cool, denn das geht auch. Ihr habt hier einen sogenannten Escape-Character für SSH, den ihr hier benutzen könnt in eurer Shell, um Spezialbefehle auszuführen. Und ich mach mal hier ein Beispiel. Ich geb jetzt hier Tilde ein, also Alt-Gr und dann das Pluszeichen. Das würde so aussehen. Und dann schreibe ich ein großes C rein. Jetzt nicht so wie hier und dann Enter drücken. Da wird einfach nur Command-NotFound, sondern wir führen das einfach direkt hintereinander aus. Und ihr werdet sehen, das wird tatsächlich gar nicht angezeigt. Das heißt, ich mach mal hier Tilde und dann großes C. Und dann sehen wir hier ein SSH-Prompt. Und diese SSH-Prompt ist ganz cool, weil da kann ich jetzt andere Befehle für SSH eingeben. Zum Beispiel kann ich da eben auch Minus-R und Minus-L starten. Und ihr seht ja hier oben, wir haben das jetzt aktuell hier nicht drin. Ja, wir haben kein Port Forwarding drin. Meine Open Sense ist gerade nicht erreichbar für mich. Wenn ich jetzt hier ein Minus-L, 1337, Doppelpunkt, oder machen wir es auf 1338, damit ihr auch wirklich seht, das ist was anderes, ist 1338 und dann sagen wir hier 10, 10, 10, 1 auf Port 80. So, das heißt, ich hab jetzt hier ein Port Forwarding drin auf Port 1338. Und wir sehen, ich hab dieses Port Forwarding nicht vorher gestartet, sondern während einer laufenden SSH-Session. Und das ist super nützlich. Und wenn ich jetzt nochmal Enter mache, dann bin ich wieder in meiner ganz normalen Shell. Das heißt, ich hab hier zwischenzeitlich Zugriff auf SSH und kann damit Dinge tun. Ich wiederhole nochmal ganz kurz, mit Tilde C geht das. Und wenn es bei euch nicht funktioniert, macht einmal vorher ein Enter, damit auch euer Speicher quasi leer ist, um dann das zu machen. Euer Tilde C wird nicht angezeigt, die wird einfach direkt ausgeführt. Das ist wirklich ein Hotkey sozusagen. Also, nacheinander ausführen. Erst Tilde, dann loslassen und dann Groß C und dann seid ihr da drin. Nicht gleichzeitig, also nur Tilde gleichzeitig, weil ihr da Alt-G-R und dieses Pluszeichen drücken müsst. Und Großschreiben C müsst ihr eben auch auf einmal drücken und dann landet ihr direkt da. Jetzt gibt es da aber noch mehr. Und das kann euch auch relativ viel helfen, deswegen möchte ich das einmal noch ganz kurz hier beschreiben. Es gibt auch die Möglichkeit, dass ihr zum Beispiel eine SSH-Session habt, die sich aufgehängt hat. Auch dafür ist dieser Hotkey, diese Tilde, sehr, sehr nützlich. Das heißt, mit Tilde und Punkt kann man die Session einfach beenden. Jetzt seht ihr hier, ich hab geschrieben und das zeigt eindeutig, dass mein Cache nicht leer ist. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, ich mach hier, jetzt hat sich tatsächlich sogar meine SSH-Session aufgehängt. Cool. Dann kann ich nämlich auch hier tatsächlich dieses Tilde-Punkt drücken und dann lande ich wieder draußen. Dann bin ich wieder bei mir. Dann beendet sich einfach die SSH-Session. Ich mach das nochmal ganz kurz. Hier, ach, ich hab wirklich kein Internet. Wieder mal. Ach, 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 okay, cool. Ähm, ja, ich hab seit, ähm, über sieben Tagen Probleme. Ich nehme mit, ihr seht, wie langsam mein Internet ist. Ich hab Packet-Loss des Todes. Und, ähm, versuche damit Server-Administrations-Videos aufzunehmen, was ich definitiv niemandem empfehlen kann, der, ähm, an seinem Leben hängt. Und vielleicht keine, ähm, naja, egal, lassen wir das. Also, wenn ich jetzt hier Tilde-Punkt eingebe, wird die einfach sofort wieder beendet. Automatisch einfach. Das ist quasi der Hotkey für, für, für Exit, falls irgendwas sein sollte. Ähm, wenn ihr jetzt allerdings zum Beispiel andere, ähm, Ideen habt, was ihr machen wollt. Und, ähm, vielleicht euch dazu tatsächlich auch eine Hilfe anzeigen lassen wollt. Dann könnt ihr das machen mit der Tilde und Fragezeichen. Und dann seht ihr hier alle Befehle, die ihr machen könnt. So, also, ich mach das nochmal ganz kurz, ähm, die Tilde, ja, und dann ein Fragezeichen hintendran. Nur eben als Hotkey. Das heißt, ihr, ähm, ja, ihr kriegt's halt nicht zu sehen. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, euch das zu zeigen. Und dann sehen wir hier, wenn wir einen Punkt eingeben, wird die Verbindung terminiert. Mit einem B können wir einen Break senden an das Remote-System. Ähm, was wir gemacht haben, war mit C die Command-Line für SSH zu holen. Das hier funktioniert, ähm, das Rekeying, das interessiert euch quasi gar nicht, weil das ist nur Protokoll 2. Also SSH 2 ist das nur. Ähm, Robocity braucht ihr auch nicht. Das ist aber ziemlich cool. Damit könnt ihr nämlich SSH kurz pausieren und was anderes machen. Ähm, damit könnt ihr euch die Forwarded Connections anzeigen. Also quasi, welcher Port ist jetzt wo und was passiert hier eigentlich. Ähm, und hier habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, das Ganze in den Background zu senden. Äh, das ist eigentlich ganz cool. So, ich zeig euch das nochmal eben. So, ein bisschen aufgeräumt. Also, ähm, wenn wir hier, ähm, die, das hier brauchen wir eigentlich nur, wenn wir irgendwie auf irgendwelche Verbindungen warten. Wir wollen währenddessen, keine Ahnung, was anderes machen oder sowas. Danach kann man eigentlich nur noch die SSH-Verbindung beenden. Was anderes macht keinen Sinn. Ähm, aber was cool ist, ist eben zum Beispiel dieses, ähm, dieses Suspend SSH. Das ist nämlich ganz nice, ähm, weil ihr damit wieder in eurer Shell landet. Also quasi auf eurem System. Ihr seht hier oben, das ist ein Linux-System. Hier landet ihr plötzlich wieder in meiner PowerShell drin. Und ich kann hier jetzt alles machen, was ich möchte. Was sehr, sehr nützlich ist. Ähm, und ja, dann könnt ihr hier quasi in eurem System irgendwas rumwurschteln. Und vielleicht sogar über SSH was übertragen an ein anderes System. I don't know, was ihr da zwischenzeitlich machen wollt. Müsst aber dazu die SSH-Session nicht beenden, falls da noch irgendwie was drauf ist. Oder falls ihr bei irgendwas eingeloggt seid oder sowas. Sondern, ähm, und unter Linux und Mac könnt ihr jetzt, achso, übrigens hierzu noch ganz kurz, ähm, dieses Dächle, das müsst ihr nicht eingeben, ja. Das Dächle, äh, wie ich es ganz gerne nenne, ja, das nenne ich so, äh, ist, wenn ihr Steuerung noch zusätzlich drückt. Das heißt, ihr macht erst die Tilde und dann Steuerung, Großschreiben und Z, ja. Das sind drei Tasten gleichzeitig. Dadurch kommt dieses Dächle und das große Z zustande. Okay. Und jetzt habt ihr wieder Zugriff auf eure PowerShell beziehungsweise euer Terminal. Unter Linux oder Mac auch könnt ihr einfach FG schreiben. Ähm, dann habt ihr direkt wieder eure, eure SSH-Session. Unter Windows ist es ein kleines bisschen komplizierter. Ähm, was PowerShell wieder mal ein bisschen nicht so ganz angenehm macht. Ich möchte es trotzdem ganz kurz zeigen. Ähm, und zwar, ihr habt die Möglichkeit über get PowerShell job. Job. Äh, Quatsch. Ich meine natürlich, ähm, wo sind wir denn? Hier, get minus job. Und im besten Fall solltet ihr hier dann einen Job sehen, ähm, von eurer SSH-Session, was wir jetzt hier nicht tun. Das heißt, wir müssen uns neu verbinden. Ich glaube, ich habe irgendwas so eingestellt, dass es die automatisch beendet. Aber das wäre ein bisschen weird. Naja, auf jeden Fall, ähm, ich würde euch sowieso ein Linux empfehlen, wenn ihr viel mit SSH macht. Und wenn ihr solche Sachen macht, sowieso. Ähm, deswegen, ja, zum Administrieren ist halt Linux immer noch besser, ne? Gut. Aber das sind sowieso relative Edge-Cases. Ich glaube, das Wichtige war tatsächlich hier das Port-Forwarding, wenn ihr schon eine SSH-Session habt. Und überhaupt mal drüber zu sprechen, dass das möglich ist, dass man so ein Port-Forwarding macht. Wie hier auch schon gezeigt. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.